so hallo liebe freunde und herzlich willkommen zu life is strange mittlerweile glaube ich schon folge drei oder vier und weiß es nicht okay ich höre den ingame sound super ich hoffe ihr bock ich habe nämlich bock bisher ist nämlich echt ganz cool und das wird bestimmt so weitergehen dann schauen wir doch einfach mal rein was dieses tolle spiel uns heute was passiert hier ist die große frage ja stimmt wir sind auf dem weg zum lab glaube ich so wie immer gucken wir erstmal hier rum ob wir neue coole gedanken lassen können gut ich muss dankeschön ein ganzes jahr ein ganzes jahr bist du auf dieser reise wunderschön perfekt zum hier anniversary affiliates anniversary dankeschön dankeschön die corporate sabotage to do list ja das genau mit deinem abonnement hast du diese wundervollen emojis wo wir eigentlich auch noch mal ein paar mehr machen könnten aber das kommt noch ach solche gummies sind das das ist richtig ja und sei jetzt nicht als dass doch jemand guckt ich will die gitarre nehmen wir spielen aber jetzt nichts ne ne wir sehen uns einfach noch mit ok ok let me grab my hat let me grab my hat ja wo ist er denn ich suche den hat die ganze zeit die character sheet brauche ich auf jeden fall stef is a rockstar for putting this together ethan is gonna flip welcome travelers today thanor the monster slayer visits the troubled stoneborn capital city of kates can he dispatch the ravenous monster horde and save the kingdom la basic game entrepreneurs portray characters physical action costumes props add to fun be here to have fun don't hit too hard go for arms legs torso backsides front avoid hands feet neck head act stuff out forget it perform a grunt or injury thank you so much for doing this means a lot ok alwyn half elf bade ja das bin doch ich untuned cord magic distortion field one sound damage over the next two turns is so cool steering him doubles faenor's next attack das wird bestimmt abgefragt das sollten wir uns wahrscheinlich mal merken unusual encounter with the dire wolf swallowing her flue her loot alwyn the bard has been a constant companion to faenor the monster slayer do you have endured many trials they recently found themselves answering the call for heroes in the city of stormborn stormborn faenor faenor 2 damage natürlich shield of courage protects faenor from next attack mhm monster slayer famous hero adderware peninsula a small child in orc a month felled and empty hands finger to the breast mid flight mhm oh magical emporium magpie emporium magpie emporium nicht magick die taverne natürlich was jedes lab braucht ein summer castle für den helden der gerne in luxus lebt spider with alley mhm das ist doch einfach nur die city da machen wir jetzt unser lab oder was okay ich dachte es wird zumindest irgendwie in den bergen war nein nützzt sie eher aus wie so ein general The last calls from the coroner. Pike dropped it off a few days ago. Guess I've been avoiding looking through it. Okay. You can take the kid out of Juvie. Oh. Ich will nur noch mal kurz in diese Kiste gucken, ob da irgendwas interessantes drin war. Guck mal. Es ist ein Bohr. Key. Was ist das für ein Key? Take the key. Secret beer. Okay. Für seinen Doflamingo-Cosplay. Hmm. Ducky's gift to me for finding his booze. It's, um, it's a unique expression of gratitude. Oh. Die Geheimnisse der Wohnung werden hier aufgedeckt. Ist hier die Feder drin? Notizen. This must have been Gabe's. Make shit right list. Huh? Find Alex. Find owner of stolen Chevy. Reimburse Jet for free rent. Return Ernesto's Walkman. Donate to Lawrence Detention Center. Apologize to Vic. Newborn for Kevin. Apologize to Zoe. Really apologize to Katja this time. Apologize to Ira. And tell him you like his remixes. That's a long list. And I bet he would have gotten through it. Apologize to Oscar. Pay Mr. Warbeck for the Chevy. Apologize to the guy from Maman. Write thank you letter to Lenny. Mail check to Miss Franks for the broken window. She moved to Maryland. Track her down. Write to Miss Andrea at Buckingham High. And tell her she was right. Forgive that. Oh shit. Deep. Get dressed. Kann sie jetzt noch? Was ist badig? Ist die Frage. Na. Das. Zumindest ein bisschen. Da. Ah. Alex the Bard. Ready to serve. Time to head out. Uh. B-b-b-b-sos. Not sure. LARP. Zappanik. Ethan's not into it. Shit sounds like a stat picking him up in a few hours. Any ideas? Let me try to talk to him. Okay. Ja. Ganz genau. Ich hab mich umgezogen. Ich hab meine Gitarre. Ich hab meinen Barthut. Und jetzt geh ich raus und versuche den Dad von Ethan zu stellen und zu überreden, dass er mir seinen Sohn überlässt, damit ich mit ihm, äh, ablaben kann. Hey. I don't need, like, cheering up or whatever. Okay. So, maybe this wasn't the most subtle idea, vielleicht eher für Steph, oder für Gabe, dann wird er ja noch trauriger. Aber Steph hat sich Mühe gegeben. Steph's been planning this for days and days. She really cares about you. I do want to do this. It's just... Everyone's been working so hard and if I'm not happy, they'll all be disappointed. It must be weird having a bunch of adults pressuring you to dress up in a costume and act like you're having fun. Yeah. Especially my mom. She always looks so... sad. because I'm like bummed out. But... I'm bummed out. I can't just pretend. Steph Dads, gerade gestorben. I'm... pretty bummed out. Ähm, yeah, then don't. Müssen ihn ja nicht zwingen, ne? So... don't pretend. Just be yourself. Or... yourself with a... phone sword and a funny hat. But... what if I'm still... Yeah, gerne. Lurker nehme ich auch gerne. Not having fun. Wir sind ja sowieso... öfter auf einer Seite beim Entscheiden. Aber guten Appetit schon noch. No one will be disappointed in you for being you. All right. Also, nichts verpasst. Sie hat sich umgezogen zum Lab. But I don't want to do it alone. You have to help me. Und jetzt hat sie den Jungen überzeugt, dass das doch cool sein könnte. Und jetzt hat sie den Jungen gesagt. Und jetzt hat sie den Jungen gesagt. Ja, aber alle labben mit ihm, ist doch geil. Oh! Geil. Dankeschön. Im dritten Monat fortlaufend und zehn Monate. Nice. Korrekt. Ancient Kraken oder Horde of Ogres. Horde of Ogres, würde ich sagen. A Horde of Ogres. Ja. 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 Gut. Dann musst du gehen. Jetzt. Meine Leute sind auf dich. Wir beginnen mit der Hauptbahnhof? Okay. Es ist Zeit zu finden. Also, du bist wirklich Alwyn? Du kennst mich nicht? Oh. Ja. Natürlich. Ähm. Es hat lange Zeit seit Carnarys. Genau. Das waren gute Zeiten, hm? Except für die Spiders. Ja. Sehe ich jetzt seine Laune? Dass es ihm Spaß macht? Nee. Aber ich kann auch einfach mal ein bisschen am Handy scrollen. Alter, wie viele Leute schreiben mir denn? Ja. 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 Kleine Paranoide. Ja. 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 Oh, many of the gummies, too many gummies. Try and relax. Zu viel. Zu viel von dem Mary Jane. Ja, zu viel hiervon. Ja. Ja. Ganz genau. Okay, Stefan Ryan, was habt ihr noch? Ach ja, das war das mit dem Distracten. Na gut. Dann sind wir jetzt am LARPen. Oder stimmt, wenn... Wie wissen wir, woher zu schauen? Ich glaube, dass wir nicht wissen. Es ist eine wahre Abenteuer. Oh. Wir fragen mal ihn. Oh. Ich bin cool. Parkman. Er ist Parkman. Kann vorwärts, rückwärts, seitwärts parken. Scroll of Healing restores you and your allies to full health. Removes all negative status effects. Poison stun. Ja, will only be used once. Cool. What is that? It's a magic scroll. We can use in fights. Oh. Awesome. Okay. It's a wolf. A die wolf. Shit. What do we do? I think we have to fight it. Haben wir jetzt ein richtig rundenbasiertes Kampfsystem? Okay. Ethan. Attack. Burning Blade. Das klingt doch geil. Burning Blade. One damage. And you're on fire for the next two turns. Ha. Nerd. Alex. Distortion Field. Distortion Field. One sound damage for the next two turns. Two damage. Two damage. I'm still on fire. Ah. My ears are ringing. Ganz genau. Die Dots. Die Dots. Nice. So. Alex. Magic. Bardic Inspiration. Storing him. Double Thaenors next attack. Attack. Mit weiter Burning Blade. Burning Blade. Two damage. And you're on fire for the next two turns. We can relate. If you don't medo, your let burning. No change. Block. Okay. Cool. I've learned a magic attack. Das ist halt kein Dark Souls, ne? Warrior, Fireblast. Three damage to enemies, one damage to allies. Ah ja. Okay. Okay, wir treten den Wolf nochmal im Vorbeigehen. Alex might have liked me, but no way I can compete with Steph. Competing? Like, for me? That's... Wow. Ooh. Oh, neu. Loot! I swung over the top once. No way. Prove it. I'll give you a dollar if you can. I did! I don't have to prove it. I'm gonna tell my mom you called me a liar. Do it, dude. I dare you. Okay, wir gehen zu Ceylon. We shouldn't go back until we found all three jewels. Okay. Okay. Let's go to the Peach. Hmm. It's cute, right? Well, now, who do we have here? Thaenor, the monster slayer. And my bard. That's genau. And what you up to, Thaenor? Saving your lives? There's monsters out there. Orcs. And minotaurs and such. Be careful. Okay, entweder sind die high oder die planen einen Eisladen. Found a scroll? Yeah. I'm supposed to be the one teaching you how to throw. You'd have to be athletic to do that. Hey, hey. What's all this? Too busy to talk right now. Oh, sorry. Markham dead? Looks like the black lantern is part of the LARP. He and my warning, you traveling twosome. I can't remember the last time I had this much fun. That makes two of us. Na gut, dann hau mal raus. Was? Hey. Oh, ein Riddle. Let's hear your Riddle. There are three, it is said. Heroes long dead. Fashioned into soul jewels. Blue, violet, red. What are their names? Do not be misled. How are we supposed to know that? Maybe we can look for some clues. Hmm. Is it again? Ach so, nee. Möchte ich nicht. Nein. Lass mich in Ruhe. Oh, Loot. Oh, geil. Das hat dem Spiel auf jeden Fall gefehlt. Loot. Scroll of Advantage. Extra turn. Nutze ich nicht. Nutze ich die alle nur beim Endboss. Oder überhaupt. Lieber aufheben, falls es nochmal wichtig wird. Oi. Oh, what's that about? Looks like you dropped something, Diane. Diane Jacobs. Every Tuesday appointment reminder. It just pisses me off so bad, you know? The way this world is designed to make you into a horrible person. That's just the price we pay for safety and security, I guess. Is it? Are you sure? Of course. That's how it works. You sharpen your teeth or you starve. Okay. Eine Sekunde. Ähm. Da. Werbung. Für alle, die nicht geprimed sind. So ein bisschen Geld reinkriegen hier, ne? Take heed. It is believed that a swamp troll has taken residence below the eastern bridge. Use extreme caution when crossing. Or better yet, don't. Darf ich aber, äh, nicht... Ah, ich kann noch entern. Cool. Want to look in here? Yeah. Let's go in. Ist aber auch ganz nice, dass die einfach... schon so eine Taverne haben. Das wäre das Labtown. Cool. Was ist hier passiert? Oh no. Oh no. Do you know what this key is for? Belonged to Barry, the Tavern Keeper. That's his leg over there. Oh. So, if you want to try all of the locks, I'm sure he won't stop you. Let's see what we can find around here. I... Actually feel bad for that person. So, wen kann ich... Ich kann nicht lesen. I'm a genius for convincing Steph that my character should be alone behind the bar. All the drinks I want. Not sure how I feel about that. Alkoholiker. Aber lustig. Lustige Alkoholiker. Das macht's okay. Yes? I see you've poured yourself some ale. You just survived a monster attack. I think you deserve a couple drinks on the house. Truly wise beyond your years. Okay. Um, ja, we're talking about the attack. Well, I'm not proud of it, but I tripped an elderly woman. She had a comment. Stingy dish wench. Want to tell them about our quest? We're on a quest to end the age of monsters. So you? Won't have to live in fear anymore. Are you now? Let me give you something. That you may find useful. Oh. Hank. Hat er doch was gebracht. I'm gonna go ahead and guess. We'll be meeting a snake. Snakes within hearing must fall asleep. Das finde ich sehr gut. Das hätte ich gerne. Wie immer. We're gonna keep looking around. Good luck. Okay, jetzt haben wir eine neue Dialogoption. Sollen wir jetzt nochmal mit ihm reden? I hope you find what you're looking for. And I still haven't found. Ugh. Rough day for Barry the Tavernkeeper. Okay, Kleiner. Was hast du hier? Someone knows how to keep Thaenor busy. House Bard. Sorry, Steph. Alwyn is pretty happy with her current gig. Seeking House Bard to entertain at dinners. Dances. Beheadings. Black hair preferred. Cute smile plus. Excellent compensation. Old swords for sale. Aha. Repel monsters with this secret blend of herbs. Behind Gullweathers. Monday at midnight. Is natürlich witzig, ne? Dass die so das ganze Dorf einfach umgestalten. Dafür, dass die hier einen Lab machen können. The 13th quinquennial meeting of the Daegu Biscuit Boys is hereby called to order. I'm sorry to announce that all six of us remained upright and above ground. First point of order. Ducky, if you had to guess, though, how much longer are you fixing to live? Just long enough to collect, Gordon. And not a minute longer. I'll crawl graveward with your shares clutched in my stiffening fingers. You mark my words. Here we go. This probably has the answer to that route. Belin Naira Desis. Das sind sehr komische Namen. Ob ich mir das merken kann? Long ago it is said when unspeakable terrors rained even in daylight. Four heroes faced the Great Shadow on the Kylian shores. Four days the battle raged until the powers of the Great Shadow overwhelmed the four heroes, pushing them to the brink of death. There, among waves stained with blood, three of the heroes gave their lives, calling upon an ancient spell that pulled the souls from their bodies and fashioned them into three stones of immeasurable power. From Naira the Berserker, strongest of the four, came the soul ruby. From Desis, the cleric, weaver of stories, came the soul sapphire. From Belin, the illusionist, and mindfreak, keeper of the old books, came the soul amethyst. With all three soul jewels in hand, the fourth hero took up their sword and struck down the great shadow, piercing it with light. Then, weary and bloodied from battle, the fourth hero hid the jewels away and wandered into the deep wilds of ruin, never to be seen again. Interessant. Also Belin, Naira, Desis. Haben wir noch was, was leuchtet hier? Ich höre was. Ist das einfach nur der Analyse-Sound? Ja, das ist schon krass. Ja, Laurence, I right to amend the advice I gave you when we last dined together. There's no need to sell your business. I'm confident the Age of Monsters will soon come to an end. I have it on good authority that His Majesty's called for heroes was answered by none other than Thaynor, the legendary Monsters. Ah, mein Bein! Mein Bein! Sie haben mir mein Bein genommen! Ah, dieser Schmerz! Dieser Schmerz! Shit-Musik! Heben wir direkt auf. What happened to the rest of the music? New skill acquired. Hypnotic. Fug. Fug? Fugue? Dann gut. Ähm. So, kommen wir schon. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man wieder mittelalter am Markt ist, dann können wir bestimmt auch auf den Lab gehen. Das war nicht so schlecht, right? Jetzt bin ich sicher, dass wir die anderen finden können. Warum sollst du uns endlich glauben? Das ist nicht was ich meine. Ja, hoffentlich kommen jetzt keine Touristen vorbei, ne? Wir müssen damit beschäftigen. Hast du diese Warnung gesehen? Ja. Und das ist eine schlechte Situation. Trolls sind nicht wertvoll. Ich hatte so eine kaltende Warnung. Gut, ich denke, damit sind wir hier fertig, oder? Hier oben ist ja nix, ne? Okay, ich kann gar nicht da oben hin. Oh, hey. Das ist ganz schön viel Arbeit. Ich habe doch gar nicht die Requisiten. Und ich habe nicht die Songs als Bade. Ich müsste erst Songs schreiben. Check out what I found in that chest. Scroll of Nimbleness. Ein Dodge. Mhm. Cool. Gleich kommt aber wieder ein Kampf, denn... Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nein. Okay. Ähm, das Leben. Die HP wurden gerade eingeblendet. Ich sollte wahrscheinlich auf Riley inbrechen und sie in person zu bedanken. Ich weiß nicht, ob ich sie nicht gehen. Jetzt sind Sie nicht zu gehen. Ich habe gesagt, du bist so. Bereit zu antworten? Ich sage es mal wieder. Ja. There are three, it has said, heroes long dead, fashioned into soul jewels, blue, violet, red. What are their names? Do not be misled. Their names are... The answer is Mira, Dasis and Belen. You've solved the riddle, you've been told. Your prize? A useful hint. Behold. To bribe that deadly troll of old, you have to pay four coins of gold. Four coins. Got it. There's more. Because you've solved my purse, you may take one gold from my purse. Yeah. Vielleicht auch zwei? Nein? Okay. Gut. Gut, 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 gut. So, eigentlich bin ich ja mehr am Larpen hier gerade, ne? Der Junge ist eigentlich nur... Der folgt mir. Hey, kid. You responsible for that massacre in the Black Lantern? Ja, da stand nochmal Riddle, ich weiß. We're like Master Scrollseekers. Yep. Aber ich glaube, er hat nur das gleiche Riddle für mich. Können wir gerne mal gucken. Ethan's back to his old self, thank God. What a great kid. Ethan's got a lot of people, who care about him. Er ist ja auch das einzige Kind hier. Niemals. Oh. He rhymes. He rhymes. This shit ain't nothin' to me, man. Okay, überall ist der Troll. Der scheint dann... ...n selbiges zu sein. Hm. Could there be something down the alley? Wahrscheinlich. Aber hier liegt noch was. Dead guy. Können wir nicht hier rein? Unfortunate abuse amount. Die Apotheke. Ah. Was ist dir passiert? Was ist dir passiert? Die Apotheke. Behold. My love has been slain by yonder river monster. Where? Just down the... Yonder... Alley. Near the river. Alas. Alas. Okay. Ihr seid nicht so tief drin. Ich versteh's. Wow. Beware of river monster. Nimm doch hier. Do we have to fight it? Die Klingeling. Why wouldn't we? I mean... It's kinda cute. Isn't it? Oh. Yeah, it's having fun. What the hell? What the hell? Fiddy and chime. Snakes within hearing must fall asleep. Pretend that's a low sound. Snakes ears are internal, so they can't hear. Lute. Lute. More loot. Stark. All right. Let's make some ears bleed. Horrid disharmony. In fact, free damage. Krass. A new wheel. A new wheel. Nein. Maybe it's magical powers. Let's hang on to it. Ja. Ganz schön viel stuff. Wir sollten wirklich mal ein paar nutzen, falls wir überhaupt noch kämpfen. Das war so smart, dass du die Klingel benutzt hast. Es hat funktioniert, nicht wahr? Kann man hier hoch? Nein. Kann man hier lang? Nein. Oh. Quatsch. 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 Ja, klar. Noch mehr Shitmusik. Aber wie viel krasse Zauber ich jetzt schon hab. Richtig OP. Und im Scaling muss auf jeden Fall gearbeitet werden. Ja, definitiv. Oh, jetzt schon alles ab. Scroll of healing. Scroll first. Oh, no. Ich glaube, es ist etwas Spaß in der Rekordstelle. Ich wundere, wie hat Riley mit dem USB-B gemacht? Das Rennen fühlt sich unglaublich. Ich bin so stolz von mir selbst. Wow. Gut für sie. Ich gehe joggen. Ach so, ach, sie ist, dass die nicht joggen gehen wollte. Na gut, naja, da mache ich nicht lustig. Wäre mir geholfen. Ich muss mich hier ein bisschen schicken. Ich muss... ähm... ...renew... ...my... ...bar... ...guild-Membership. Ja. Okay. Sie erschreckt sich jetzt, weil ich so einen Hut aufhabe. Ich denke, wir sind zurück im Mittelalter. Congrats, Riley. Ah, das ist doch schön. Da kann ich doch... Hier, ich brauche doch eh einen Job. Okay, wahrscheinlich wäre hier auch Musik drunter. Hey there. Ich könnte Riley fragen, wie der Prozess mit der USB geht. Okay, nichts zum angucken. Hier hinten vielleicht. Ich gehe einfach ins Büro. Ja, wir kennen uns gut. Ich darf das. Gut. Okay. 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 Also, talk about something else. Okay. Okay. Wow. Immer noch. Okay. Okay. Okay, cool. Okay, cool. als wenn die immer nachdenken müssen so okay was habe ich gehört wie kann ich darauf antworten vielleicht habe ich auch Auswahlbuttons das ist ein bisschen nervig aber ansonsten ist eigentlich okay ist mir noch mal aufgefallen das macht mich ansonsten ich wünsche mir das ein bisschen Call me from school wenn du ever want to talk Mac Riley ist like 300 pages in Must be a good book This is just so nice Oh schön naja 500 Dollar wenn sie auch noch damit arbeitet Hack be nimble Password Cracker Trial Version aber auch sie hat die Trial Version Sollte ihr das sagen aber was ist der Grund warum ich hier bin ist das nicht habe ich nicht irgendwas zu tun kann ich noch was zu ihr sagen also es heißt Lab und es ist eine Kunstform sie hat aber kein Interesse sonst würde sie natürlich irgendwas sagen in der Richtung hey ich habe doch jetzt Zeit wo mein Bruder tot ist erst mal in der Ice Creamladen wir schauen erst mal wir haben noch zwei Rubine zu finden okay shit that didn't take long und dann cross between tom wainz las ulrich swede chef okay passt schon da gehen wir mal gleich hin ach so jetzt mir die rolle geben ok grumpy a forgotten the damn components of sunsilver don't suppose you know the composition um if we find out we'll tell you hold my breath please knock twice mama please knock twice go for it monster or mortal mortal come in sorry about the lock these are dangerous times welcome to the magpie emporium oh so this is like a magic shop i'm gonna take a look around a bit okay okay let's see what steph's done to the place when alex said i'm hot did she mean it or was she just messing around never seen steph feel this way before maybe i could reassure her she's always so confident he's forging the sky sort of power oh yeah one day thanor's gonna find that actually looks legit golems animation fee not included oh steph cast protective suck create illusion in another direction await argmage assistance spells very cute steph are these spells for sale to members of the sorcery guild only sorry i guess some heroes are into bards with flashy guitars but i'm glad thanor has better taste warning cat is cursed do not pet yeah no need to warn me atta thanks dude dude i hear you but a combat based system with no social mechanics is like my fucking nightmare are you hey precious where did you come from are you the one i've been hearing in the walls smartass there's a cat outside the shop dude i don't know she doesn't have a collar yeah i'll call pike see if anybody's reported their cat missing meantime guess she's coming to work with me isn't she yes she is yes she is what do i want inside about people steph steph is just awesome the fool the fool yeah das sollte ich ihr zeigen damit geht ihre confidence direkt hoch is that true for ryan i hope so okay people me me what card of necessary choices equal temptations divergent paths natürlich oh es ist eine dating sim interesting wow es ist schon sehr on the nose alles okay witzig naja ich will das angucken hast du das ist beides damit gemeint na gut das ist nicht ominös at all the soul sapphires right there for sale 10,000 gold oh okay obviously there's some other way to get this why is this 10,000 gold was i too generous it was originally 20,000 but no i meant never mind maybe we can make some kind of deal with her would you consider giving us that sapphire in exchange for something far more valuable my hand in marriage aww and all of its associated benefits and you should know i wouldn't offer if i didn't mean it i mean aww man this just got real i'd be lying if i said i wasn't intrigued but i'm afraid i can't accept no shot her we need the sapphire right away it's for a quest to end the age of monsters i've heard there's a magical fish that lives in the river of sorrows bring me back one of its scales and i'll give you the sapphire and return i'm a shon one magic fish scale impressive well then here's my end of the bargain only one more jewel left getting there one gold one gold ich würde es ja gerne alles kaufen troll dust very friendly troll now that i'd like to see dusted trolls become very friendly hmm das habe ich in meinem inventar welches sehen character sheet ist halt die frage ne eigentlich brauche ich vier gold um den zu beschwichtigen aber ich könnte natürlich auch hier very friendly die rest of our quest warum wir holen uns den mal so there's definitely a troll at the eastern bridge three gold please new dialogue okay cool das heißt wir haben jetzt tausend schriftrollen die wir nicht nutzen weil wir alles peacefully machen ja sie ist schon ein bisschen betört der typ hier ne da steht bestimmt sunsilver drauf was da drinnen 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 neben der tür schauen wir nochmal da sieh mal einer guck ja ich meine ich habe auch irgendwas gelesen von sunsilver we are back business license smithing scroll ah sunsilver we should tell that blacksmith iron goblin ore fire powder iron how does steph come up with all these names Das kann ich mir nicht lange merken. Person, Woman, Man, Kameratee. Ja, ja, ich müsste jetzt mit einem Rezept sagen. Stark. Dankeschön. Okay, ich habe ihn jetzt zwar unterbrochen, aber er hatte eh nichts Richtiges zu sagen, ne? Gut, wir haben noch eine Perle vor uns. Er ist wahrscheinlich beim Troll. Nur wo kann dieser Troll sein? Ist er hier? Ne. Lass uns auf die Karte schauen. Gibt es eine Karte? Da ist die Karte. Da. Ach, da hinten. Ah, okay, 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 okay. Benchman. Bald guy. 1, 2, 3, I control me. 1, 2, 3, I control me. This book is written for fucking toddlers. Ooh. Nothing like getting pissed off at your anger management book. Vielleicht sehr sauer, weil er keine Haare hat. A coin. What did you just find? A gold coin. Do you think there's more of them? I don't know. Let's keep looking. Kissing the ball dieselben Zettel. Toss a coin. To your slayer. Oh shit. Troll. Incoming. He's got a soul jewel right there. Oh. You like my belt? It's made of human skin. No. What do you think we should do? Dust. Troll dust. Dusted trolls become very friendly. One pinch per troll. No, no. Don't you dare. Oh. Another troll bites the dust. Oh. Another troll bites the dust. Visitors. I love visitors. Can I get you anything? A glass of marsh water. Slug chips. How about that jewel? On your belt. Sure. Anything else? Help our quest. Ja, warum nicht? We are on a quest. Anything you can do to help us out? Hmm. I could teach you to fight like me. Hmm. There you go. Oh. Another. Skill. That was quick. Why don't you say something nice about each of us? Hmm. You put a great deal of thoughtfulness and care into everything you do. And you see deep into the hearts of people. But you don't let that stop you from believing in them. Okay. I think that's all we need, right? Come visit again. Ethan is on. We've got all three. We can go back to the king now. Yep. Okay. That troll is scary. I admit it. Nothing to admit. It's just facts. Even after you used the dust, he was still scary. About the monsters. It seemed like so long ago. The ink. The ink. The ink. We have a picture of the gold. The ink. The ink. The ink. The ink. uns höchstlich. Hoffentlich. Das ist der falsche Weg. Egal, ich muss jetzt zu Ende gehen. Vielleicht ist hier noch Loot. Nein. Nun gut. Ein langer Weg zum Königreich. Oh. Ein langer Weg zum Königreich. Ein langer Weg zum Königreich. Feinor, die Monster-Slayer. Du bist zum Schluss gekommen. Du erinnerst mich von deinen pasten Spiegel? Du bist Natharia. Die Forrest Spirit. Du hast gut gemacht. Die Forrest notices. Sie gibt mir ein treasure für dich. Sie haben extra ein Schwert geschmiedet. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Es ist genau das gleiche, wie ich in den Kometern schreibe habe. Es hat die Pinser. Und die gleiche Grip. Und es hat diesen Teil. Für die Jewels. Wie machen sie es? Wie machen sie es? Magic. Can I really take it? Yes. Promise me you'll only use it for good. Helping others and stuff like that. Okay. Okay. Kann er erst rausziehen? Ist er der wahre König? Jaaa. Jaaa. Stark. Whoops. Sieg. Bart. A song, if you please. Ah. Stimmt, hab ich ja ganz vergessen. I'll take that sword now! And the jewels! Stormrider, the undead! I should have known King Tabor was you all along! You fools! You have collected the jewels I need and brought them right to me! We've gotten this far. We can beat him. Give them to me! We challenge you to a rock-off! Oha, okay. 1000 AP, krass. So, erstmal Advantage. Scroll of Advantage, bitch! Elwyn! Magic! Steering him! Feanor! Attack! Strike! Strike of Wrath! Strike of Wrath! Magic! Hypnotic Fugue! Feanor! Fireblast! Fireblast! Oh, shh! Sorry! Worth it! Transfixed by that gorgeous music! Fugue! Ganz genau! Du weißt nicht... ...wie viel RPGs ich schon gespielt hab, Digga! ...wie viel RPGs ich schon gespielt hab, Digga! Du kannst nichts! Ich mach dich kaputt! Bowman! Get up! Ah! Auf! Oh! Ah! Eh-ah! Teere Feuer! He, Scroll of Advantage. Stirring him! Distortion Field. Burning Blade. Oder noch ein Item. Nimbleness. Progeny nächste Attacke. Und Burning Blade. Gah! 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 Curse this fire! Gah! That sound! It rattles my skull! Gah! Okay, Tenorm. Finish him. Burning Blade. Gah! We did it. I can't believe what just happened Epic Jetzt kriegen alle PTSD. Es war meine Schuld. Ich habe Gabe. Ich habe Gabe. Ich habe Gabe. Ich habe Gabe. Ethan? Listen to me. It wasn't your fault. At all. It wasn't. Okay? It wasn't. Schon nicht schlecht gemacht, ne? So ein Endfight noch, der eigentlich ganz cool war. Und dann so vor einem Emotional High direkt in so ein Low. Schon nicht schlecht. Auf zum nächsten High. Ganz genau. Hey. Thanks for coming. Of course. We're smoking symbiote. Already pick him up. Yeah. They just left. I just wanted to thank you. Ethan needed today. So did I. Honestly, by the end, I was having just as much fun as he was. He thinks the world of you, you know. After everything, I think you're sort of his hero. He's sort of mine. How creative he is. How creative he is. You must be so proud of him. He was so thrilled to see you show up with the sword. I think that was mostly about the sword. Maybe. But I think he was happy to see you in his world. Hmm. Sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm okay. Charlotte? God, Alex, don't mind me. Okay? Just a lot going on. I can imagine getting Ethan ready for his dad. The shop. The spring festival. I'm always here if you want to talk about anything. You're really sweet, but I'm okay. Thanks for swinging by. I'll see you at the festival. Charlotte. I can tell you something. Zed, no! Fuck, don't you listen? Shit. This was a mistake. Where did that anger come from? But she can't let it be. But she can't let it be. But she can't let it be. Oh. Oh. Aufgestauter Anger. Das ist nicht gut. Auch die ganze Welt bricht über sie zusammen. Oh no! Dabei hat sie doch alles, um sich abzuregen in diesem Shop. As I said. Get out! Die Angst ist so intensiv. Vielleicht gibt es etwas hier, die mir erzählen. Gabe, das ist deine Schuld! Warum würde ich mich wiederholen, um mich zu verlassen? Alex, das ist deine Schuld. Jeder liebt dich. Aber ich kann dich nicht nachdenken, ohne zu denken, wie verletzt alles ist, seit du in meine Leben kamst. Brian, es ist deine Schuld. Du solltest uns schützen. Warum nicht? Sie ist so angry at everyone around her. Aber es ist etwas anderes hier. Was ist mit mir? Ich kann mich nicht so fühlen. Wenn ich mich so fühle, wenn ich mich so fühle? Ethan, es ist deine Schuld. Warum können Sie nicht einfach... ...fucking... ...listen? Diese Sachen sollte man nicht aussprechen. Oh! Charlotte... ... 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 Man's out. Was, wenn... ich es einfach wegnehmen könnte? Ich kann es tun. Ich kann von ihr Angst nehmen. Aber ist das gut? Was würde das mit ihr tun? Was würde es mit ihr tun? Was würde es mit mir tun? Und, selbst wenn ich es kann... ... sollte ich? Das ist die Entscheidung. Oh, shit! Das ist aber nicht so gut. Alone. Ja, also, ähm... Also gerade in der Trauerphase... ... ist sie jetzt natürlich bei Anger. Und Anger ist ja auch immer... ... also Wut... ... ist ja auch immer ein Zeichen von Frustration. Frustration, die sich aufstaut und nirgendwo hin kann, wird zu Wut. Wut für zu Angst und Angst für zu dunkle Seite, wissen wir alle. Aber... ... eigentlich... ... muss das... ... ist das ja ein normaler Trauerprozess, ne? Eigentlich muss das gefühlt werden, um auch wieder so auf ein normales Level zu kommen. Aber... ... wenn man das jetzt einfach wegnimmt, kann es ihr natürlich helfen. Wenn Alex jetzt anfängt, dieses Kind zu hassen... ... weil sie... ... nichts hat, womit sie es verarbeiten kann... ... weil sie ja auch überhaupt nicht... ... in diesem Prozess ist... ... komischerweise... ... kann natürlich auch sehr viel Blödes anstellen. Der Junge wird ja sowieso abgeholt, ne? Ich weiß ja nicht... ... ist der Mike noch da? Bist du... ... hast du auch eine Meinung? Kannst du auch abstimmen? Ich finde das schwierig. Ich würde gerne wissen, was passiert halt... ... wenn man ihr das wegnimmt. Weil sie kann es ja... ... als sie es noch nicht so unter Kontrolle hatte... ... hat sie ja quasi genau das ausgelebt einfach. Ja, das ist es. Das... ... denke ich mir halt auch. Das ist ja auch der richtige Weg... ... Gefühle... ... zu erlauben. Aber wenn man diese Kraft hat... ... würde man dann nicht selber... ... anderen helfen wollen damit? ... und anderen... ... das ein bisschen leichter machen? Wenn du Leuten Trauer nehmen könntest... ... würdest du es nicht tun? Hm. Hm. Konservativ, alone. Auch eher alone, ne? Ja. Und dann wäre der Junge in Weise. Obwohl, der hat seinen Pfarrer. Er wird auch vom Pfarrer abgeholt. Kann natürlich sein, ne? Dass sie sich dann wirklich was antut. Aber... ... weiß ich nicht. Waren wir nicht alle mal an dem Punkt... ... wo wir gesagt haben... ... boah, ich bin so wütend. Ich muss mir was antun. Nein. Ähm. Ja, ich glaube, lethal alone ist schon richtig. Sie hat es ja... ... sie ist ja relativ... ... ich würde jetzt nicht sagen emotional stabil. Aber... ... das ist ja auch eigentlich... ... das ist ja natürlich, was sie durchmacht. Von daher... ... sie wird sich schon nicht umbringen. Sie hat ja ein Kind und mit ein bisschen Abstand. Ich kann nicht. Ich bin sorry, Charlotte. So. Nein, komm, lass sie in Ruhe. Oder alles wird gut? Alles wird gut. Nein. Näh. Näh. Das soll sie mit sich selber ausdiskutieren. Okay, okay. Hear me out. Okay, okay. Is Typhon run by the Illuminati? That would explain you can... ... conspicuously triangle shaped logo. Das... ... das ist mein... ... das ist meine Wohnung. Hey. Warum seid ihr in meiner Wohnung? So. So. How did things go with Charlotte? Couldn't help her. Komm. Ratschhante. I don't know. She was... ... the hurting so much. I thought... ... I'd be able to help her, but... ... I couldn't. If you couldn't help her... ... I'm sure no one could. So. So. Please tell me... ... that the USB stick revealed all of Typhon's secrets. Can we that vielleicht in the Nachhinein mal machen? Oh. Not yet, but... ... Alex. We found a recording of Gabe's call. Oh. Interesting. I should probably listen to that. I need to know. We're here for you. Okay. Type in safety. Mac? It's me. Fuck off, Jen. Yeah, yeah, okay. Just listen. I need you to call off the explosion. Ethan's in the blast radius. I like that. He could get killed. What the hell's wrong with you? He's off. We're up here right now, trying to find him. Mac. Please. Alright. I'm on it. We'll hold the blasts. Fuck. You can't imagine the headaches this will create for me. Thanks, Mac. Whatever. Just doing my job. They just... ignored him. It's so fucked. Naja, aber er hat den Phone-Core gemacht. Das ist auch schon mal wichtig. You okay? Okay. Das wussten wir doch schon. We're taking these fuckers down. This USB stick has what I need. Time to dig through it. Whatever's going on with Typhon. It wasn't worth Gabe's life. Talk about looking... We're going to get them. For you, Gabe. Ganz genau. Thanks for spilling your guts. Brian brought this down from his station. Hope it comes in handy. Right, Rice. A key part of any good investigation. Gabe's call came in from the sat phone at 8.41pm. I should find the next call and see if that has any information. So, find out what happened after Gabe's call. 41. Ja. Outgoing. Lena? It's Diane. We have a problem. You're kidding. There's a kid lost in the mountains near the pit. We need to postpone. Lena? Haven is your site, Diane, and therefore this is your decision. I know I don't need to remind you of the states. Someone could be hurt. Or killed. We've been over this. Anyone up there has disregarded posted notices and accepted full liability. We're talking about a child. I'm just asking for one day. If you postpone tonight's scheduled blast, you put Rhea in jeopardy. That puts the whole company in jeopardy. Is that what you want? No. Then do the math and make the right call. Email me when it's done. I will. What the hell is Rhea? Must have been pretty damn important. Maybe Diane says more about it in her email? Maybe. Let me see if I can find it. What is Rhea? Aber ich würde gerne diesen Call. Gerne haben. Oder halt die ganzen anderen Calls. Die sind doch bestimmt auch witzig. Leafy Flowers. This is Riley. How can I help you? Hey, babe. It's me. Mac! Hey! What's up? I'm on lunch. Oh, you're not gonna believe what J-Man did this morning with some of the new done. Hey. So, I'm not sure about this part here. Shh. It's Mac. Is that Gabe? Hey, Mac? Can we talk later? I'm kinda busy. Oh. Let's hang out when you get off. Okay? Hold up. Why is Gabe there? Okay. Talk soon. I love you. Wait, Riley! Oh, Mac. This is ACSD. How can I feed you? Is the good pickings chicken thing still going on? It sure is. Nice. Uh, let me get a large order of the spicy nuggets. Excellent choice. And would you like the biscuit and gravy or the mashed potatoes and gravy? Oof. Uh, okay. I, uh... Sir? Oh, fuck. Um, sorry. Do you... Do you need a minute? No. No, no. I'm, uh, gonna go with the bis... Potatoes. Yeah, let's just do potatoes. You could do both for 50 cents extra. Oh, my God. You still there? Yeah. No, uh... No, that's okay. Just the potatoes. Okay. I've got you down for a large order of spicy nuggets with potatoes. That'll be ready for you to pick up in about 30 minutes. Thanks. That was riveting. That's why we bought it over the app. Seems like a lot is hanging on these inspections. Currently on the efforts haven't spring expansion campaign. Just got word back from the state and we have officially passed inspections. Pop some champagne you've entered. All that's left now is the vote. Been here in grade fix by the opponent in town. Sponsoring Tile Stang. Great work. We are in the home stretch. Whatever Typhon was up to, it looks like they've all but gotten away with it. Of course, that was Diane's idea. I'm gonna make sure this expansion fails if it's the last thing I do. This is the email Diane mentioned. So what is Rhea? Rhea went off undetected as you insisted and now someone is dead. Rhea went off undetected. Was there a second blast that night? They only had permits for one. What did Lena say? Without the scheduled blast, Rhea would be discovered? Shit. The blast that killed Gabe was just a cover for another explosion. We didn't hear another explosion, though. It must have gone off somewhere else. If we can find out where it was, that might tell us what it was for. Hmm. This is Rhea. Fuck. This map's too small to tell where this is. I need a map. Need a map. That's the site of the 2008 Typhon mine collapse. Wait. They set off a blast in their current mine to cover up a blast in their old mine? That shaft was exhausted years ago. There's nothing left to dig up. What could possibly be down there that's so important to them? The Vendigo. Typhon just had to pass a bunch of inspections at the old site, didn't they? Yeah. So? So, I don't think they were digging something up. They were burying something. Hmm. Okay. Friends, that's. Choose to death. Distract Diane. Ach, das war alles in diesem Kapitel. Oh, guck mal. Alex left Charlotte with her anger. 47%. Ist auf jeden Fall, ist eine harte Decision. Muss ich sagen. Alex met Diane angry. Angry ist eigentlich immer gut. Alex didn't play a record. Natürlich nicht. Werde ich nachher hier. Oh no. Ich hab die einzige Chance verpasst. Im Rooftop Garden. 59%. Ethan and Alex were never knocked out in battle. Ja, das ist ein bisschen zu einfach. Wie man sieht. 96%. Da muss man ja wirklich anstrengen. Both. Ethan and Alex were knocked out in battle. Troll was subdued with magic powder. Troll was killed in battle. 57%. Serpent was put to sleep. Steph helped Alex find out what Typhon was up to. Steph stormed out of the apartment. Krass. Okay. And King Tabor was vanquished in the final battle. Man hätte ihn auch. Überleben lassen können. Wenn man nicht genug Schaden gemacht hat. Wahrscheinlich. Aber niemand. Niemand war so schlecht. Okay. Doesn't know. Alex helped the student. Mhm. Alex and Ethan saw the justice riddle. Of the blacksmith. Ja. Okay. Ja cool. Next chapter please. Haben wir noch. Haben wir noch Zeit. Flicker. Pike. It's all on this USB drive. All the evidence you need to nail Typhon for Gabe's death and plenty more. Alright. Bring it with you. I'll meet you in an hour. Thanks. Talk soon. Citizens of Haven Spring, we are live at the Spring Festival. One final reminder to head over to the Lathe Flower Cart and grab a rose before they're gone. At Haven's inaugural Spring Festival, eligible women of good stock and birthing age would offer up roses in order to attract a mate. What can I say? History is weird. Thankfully, we've lost the mating stuff, but kept the roses. And if you do have a special someone in mind, a rose is a great way to say you care. And an even better way to say, hey look, a rose. Sounds fun. Is giving away a rose something I do? Maybe I can decide downstairs. For now, I'll grab the USB stick. Chinese Takeout. So, gibt es noch Erinnerungen? Anerweise, in diesem... Um schon... ja! Traditionally, you give roses to your crush at the Spring Festival. So... I've never had a girl give me flowers before. I'm sorry, I didn't know you cared so much about traditional gender roles. I'll get back to my butter churning and doylies. Shut up. Okay, das ist ihr Outfit jetzt, oder was? Ist halt auch ein Festival, ne? Der Hotdog ist schon lustig. Steht das Siren? Ne, ne, der Hotdog. Hotdog T-Shirt. Gibt's hier ne Rose, die wir mitnehmen können? Ne? Okay. So, jetzt geh ich aber hoch. Der USB-Stick ist auf meinem Tisch. Ein bisschen vorfeiern. Vor deinem Festival. Können wir hier nochmal reingucken, vielleicht? Ah, String Lights. The key to unlocking... Yeah. This one ornament will really bring my tree together. Ja, das möchte ich ja, aber wo ist er? Ah, da. Hier. Okay. Zeit, nach oben. Na, kurz nach oben. Hätte er sich aber auch anziehen können, oder? Ich finde, das war ja ein guter Look. Außerdem kennt sich eh jeder in dieser City. Das heißt, sie hat auch keinen Ruf zu verlieren, weil jeder weiß, ah, okay, sie spielt wie der Bart. Test, 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 check, 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 check. Oh, shit. Holy shit. You own a skirt? Hey, guys. Happy First Spring Fest. Thanks. I got a hold of Pike. He'll be here soon. Once he sees what's on that stick, it's over for Typhon. Hence the celebration. I think we've all earned the right to enjoy ourselves a little tonight. The band's coming on soon. You'd better be front and center. Nice. Who's playing? Local band. You'll love them. He won. I have to run back to the trailer. Go be a normal person for a while. Can't make any promises. Text me when it's ready? If I wanted to give away a rose, Stefan Ryan would definitely be on my list. Anyway, time to enjoy the festival. Erstmal verschämt aufs Handy gucken. So beginnt jeder gute Party und dieses Festival. Sorry about before. Just hit me hard. Don't apologize. I thought it was as much an honest. Joining us this evening? Yes, this one party I'm willing to brave. Mm-hmm. Lucky. What a marvelous event. I'm so glad I could participate in today's live action role play. It brings me back to my days in theater. Did I ever tell you that I once essayed the role of Feldstaff in my school's production of The Merry Wives of Wintzel? With enough liquid prodding, you may one day get me to recall a few verses. Thank you for including me in the festivities. It's nice to take my mind off things. Anyhow, you enjoy your very first spring festival. I can remember and can still remember my clear stay. Sincerely, Reginald McAllister the third. Or also Ducky. So, Ethan. Have a great time with your dad. Ach, stimmt. Really sorry about that. Love was amazing. Okay. Er ist weiter an seiner Fanfiction dran. 232. 233. 234. Why do I do this to myself? The red one was 234. Wait. Dammit. Another year, another prize gift card for yours truly to keep. One, two, three. Such a little devil. Really? Come on, jellybean lady. That's not right. Hey there. Guess the exact number of jellybeans and win a prize. Only one guess per person. The exact number? Another year, another prize gift card for yours truly to keep. She looks awfully smug. For a jellybean lady. This is impossible. Right? Ja, aber ich kann doch ihre Gedanken lesen. I don't think this thing is checking IDs. Nobody tell Pike. This is impossible. Right? Hi. Oh, hey. Nice to see you. You're taking this jellybean thing very seriously. Yeah, because the prize is a $100 gift card. Chrissy's been all anxious ever since she got lost. So, I thought I could get her a bunch of treats. Which is really embarrassing saying it out loud. No, not at all. Muss ich nicht für entschuldigen. Maybe I can help. Oh, for real? Are you good at this? How many jellybeans do you think there are? Äh, pfff, ähm, wein' nicht. $800. It's always more, than you think it is. I'd say like, $800 or so. Huh. Yeah, could be. Feels like something just changed in that lady by the jar. Maybe I should read her. Ah, okay, so good. $800 is actually not bad. Hopefully they don't go lower. Oh, I was close. Maybe I should say something. Hey. I've got another guess. Yeah? I think it's closer to $700. Yeah. $700 feels right. But we have to get it exactly. Just felt that lady's heart skip a beat. I should read her again. That's good. Hear me. They're really close to $731. Who is this girl? Hell yes! Your secret's mine. The answer is $731. Don't ask me how. $731 jellybeans. That's... That's... That's correct. Yes! Thanks so much for your help. You rule. You are a winner! You are a winner! Ryan. Wie geben wir das jetzt, ne? Geh mal an Ryan. Klar, wir hatten doch die ganze Szene mit dem... Happiness und so. Der ist doch Canon-Boyfriend. Ryan! Er hat keine Hose vor uns. Ich habe etwas für Sie, auch. Wir können uns nach dem Show treffen? Natürlich. Ich bin der Festival. Ich werde Sie wissen, wenn ich hier fertig bin. Cool. Ich sehe Sie in ein paar Minuten. Jetzt muss ich Ihre Gedanken lesen. Okay, play it cool. Es ist nur eine Rose. Play it cool. Ich hoffe, ich bin bereit für... ...was ich angefangen. Ich bin bereit für Sie. 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 Hey, Mac. Na, Lust auf eine Schlägerei? Ich hörte die Kalle. Es sieht immer noch ein bisschen zusammengeschlagen aus. Die haben schon richtig was draufgekommen. Ich weiß, Sie haben versucht, das Richtige zu tun. ... ... ... ... ... ... ... ... I'm taking Typhon down, the whole hornet's nest. I'm not betting against you, but in the meantime, they're the only ones cutting checks in town. And I still got plenty of bills to pay. I guess I can't blame you. Money is money. Just keep your guard up, okay? Er traut sich doch eh nicht. It's always flattering to see how much you care about me. Er bild dir nix drauf an. No wonder you try to break up me and Riley. Ugh, there's the Mac I know. Take it easy, dude. You too. Kann ich nicht lesen. I love what the radio station broadcast live from the park. Right? It happened last year. Yep. It's quite a hell of a month. But this makes it all worthwhile. Jed loves this town so much. It's inspiring. Doing this takes a certain type of person. And I am not that person. Is there a memory? No. Okay. But here! Hey, thanks, uh, man. This show rules. Uh, it's something. Anyway, I'm Izzy. That's Steph. We're Drugstore Makeup from Seattle. We've got, um, merch. Dude, count me in. So then, where's the after party this year? After party? Come on. Young man like yourself. You must know what the haps is. Hey, Steph. Sie muss gerade viben. Sorry. Die Welt's most unnäßigste Vodka-Delivery-System. There's no graceful way to sample everything on this table. Is there? God. I just hope Riley is doing all right. Oh, no. What happened to Riley? Okay, so, there's this young farm... Thank you, Steph. Thanks for helping me find the fun again. Sounds like Ethan wasn't the only one. Looks like plenty of people are still out around town. Was ist mein Objective? Explore the Festival. Okay. Dann kann ich ja hier mal gucken. Was ist von Bedeutung? Geh ich hier rein? Okay, aber ich bin beim Lab vertan. Das war... Ihr habt es tatsächlich umbenannt. So, was... Was bringt das, hier zu sein? Ihr müsst doch irgendwo... Elinor ist wie ein Mafia-Boss. Except in lieu of crime. Sie spritzt flowers. Oh, hey! It's not the same without you, Tabitha. Never was... Never will be. Tabitha. Sounds like Ducky's got a story to tell. Dann reden wir erstmal mit ihm. Er soll ja auch aufs Festival. Hey, Ducky. Who's Tabitha? Do you want to talk about her? You know, Alex... On this particular matter... I don't have much to say. Okay. There's gotta be more I can do for Ducky. Ja, oder es turnt halt jetzt gerade, dass sie halt wirklich jedem helfen will. Aber sie überschreitet halt einfach Grenzen, ne? Wenn sie die Gefühle von den Leuten liest. Come on, son. Get it over with. I... I don't want to get sick. You're gonna feel a whole lot better after you do. Heaven... I'm gonna die, Dad! Not tonight, you're not, birthday boy. Although I suspect you're gonna wish you had tomorrow morning. Attaboy. Well... I'm never drinking again. Gute Entscheidung. Okay, ja, wie kann ich denn Ducky helfen? What about acute emotional kleptomania? Jetzt bin ich einmal hier, ne? Ugh. Not tonight. Mandatory night off? I'll take it. Die Jukebox. It was so fun watching Jed play the villain. What a good sport. Jed bought this as a treat for the regulars. And himself. I'm guessing. Okay, welchen Song? Hmm, I prefer my beer heavy. Das hat auf jeden Fall nicht lange gehalten, ihr Vorsatz. Hey, you can't tell me what to do. Ich meine, sie hat ja auch einen Bruder verloren worden hier allzu kurze Zeit, ne? Aber sie kommt damit irgendwie gut klar. Ach so, so kann man ihm helfen. Hm, na gut. Endlich wird der Bär mal wichtig. Okay, okay. Tell me what I need to know, to help him. I couldn't bear it anymore. Okay, okay. Okay, okay. Sorry. My friends call me Ducky. My friends call me Ducky. Tabitha Baker. Call me Tabs. Wait, wait, don't drink it. Look at the bottom. What? What are you... Oh, Ducky. Oh, Ducky. It's beautiful. Tabitha Baker. Will you marry me? Happy anniversary, love. Here's to another 30 years. And another 30 festivals, if we can make it. Ducky, you're gonna outlast this whole damn town. I know that song. Poor Ducky. Maybe there's something I can do. Happy anniversary, love. Here's to another 30 years. Ich will skippen, ich kann's nicht skippen. Ah, Diane. Okay. Two-faced bitch. We're gonna outlast this whole damn town. Hm. Hm. What can we do? Also, er ist traurig, wenn ich ihn anspreche. Auf sie. Na gut, wenn's so einfach ist. It's a tough night for you, isn't it? The springfest. That's right. Did you actually carve that wooden bear? Branagh? Sure did. That was a long time ago. Give me one sec. Give me one sec. How did you... How did you... They're playing your song. Let's dance. That each new step Is somehow reordained I've not traveled this way before. Rainbows in the sky Sing forever But we know By and by By and I That they fade Just like some dreams Passing by Love Sees like that Before Oh, 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 oh. Since I found you, there's no doubt left in my heart, I've cleared all the dark words for me. I see clearly, so we don't need any chance. Das ist einfach ein Leben, nicht gut. Danke, Alex. Ich denke, ich bin ein bisschen mehr inklangt, die anderen außen zu sein. Ja, super. Du bist sehr willkommen. Enjoy the festival. Vielleicht hätten wir ihm die Rose geben sollen. Das wäre doch auch schön gewesen. So, jetzt kann ich nämlich hinten endlich die Bar leerräumen. Es klingt, dass Ryan bereit ist für mich. Ich sollte außen zu gehen. Na, nicht? Okay. Das war doch ein schöner kleiner Ausflug. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, dass ich mit allen gesprochen habe. Oder ob die anderen mir noch gesagt hätten, ey, red doch mal mit Ducky. Aber, naja. Ja, wir können ja nochmal kurz gucken, oder? Okay. I'll take a coupon. No coupons, my dear. Just tell me your name and I'll remember it. All right. Alex Chen. Alex Chen? Didn't we speak already tonight? Nope. Stupid. So stupid. Print some coupons, they said. It's a small town, I'll remember, I said. Oh, hubris. You know, you could try posting on my block. Whoever comments gets the deal. Oh, that's a good idea. Best of luck. Guck mal. Das waren noch gute Business-Tipps. Lots of people still hanging out on Main Street tonight. Ja, deswegen. The LARP was a lot of fun. Damn it. I'm head over heels for this dork. What do I do? That's a rough place to be. God, I still like her so much. What do I do? Wait, they're both into each other? Daydreamers. Come on, people. But it's nice of you. Hey, um... You'd come... Just make out already. It's a spring fest. You're both obviously into each other. Just make out already. What? You heard me. Is it that obvious? Is what obvious? Fuck. Julia, I don't want to screw this up. What's obvious? Are we talking about the same thing? Look, if we weren't in the middle of the street, I would totally jump you right now. Oh, no. I... Do you want to come back to my place tonight? Maybe? Oh, my God. Absolutely yes. Her place. Tonight. Good luck making it till then. I am going to rock his world. You do that. Okay. Wait. Is someone standing out past the bridge of flowers? Pretty late for a bus ride. Is this Ethan? Oh, Riley. Oh. Oh, no. Oh. Hey, Riley. Oh, hi, Alex. Oh, hi, Alex. Oh, hi, Alex. Oh, hi, Alex. What are you doing out here? Just out for a walk. You? My bus comes tonight, and I just couldn't bear saying goodbye to everyone. I get that. I'm really going to miss this town. I'll miss my Nana most of all, of course. And I hope Nana's okay. She's in good health, but sometimes I wonder if I should really be leaving her here alone. Well, ich glaube, jetzt nicht die Entscheidung. I don't know if I was to give her condition a secret, but I feel like Riley would want to know, Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh. eine schlechte Enkelin. Kann man so sagen. Andererseits ist es schon irgendwie fies, wenn man es dann nicht sagt. Und dann bleibt sie nachher da, versaut sich ihre Zukunft, kommt niemand aus diesem Dorf raus, das will man doch auch nicht, oder? Also ich persönlich würde ja gerne haben, dass mir das dann jemand sagt, wenn man das so genau dann sagen kann. Und dann soll sie ihre eigene Entscheidung treffen. Aber normalerweise, wie so ein Spiel funktioniert, ist entweder sie geht oder nicht. Aber sie mischt sich dann schon wieder ein, ne? Ich glaube, bei den großen Sachen... Ich weiß es nicht. Nee, sag sie ihr. Komm, sag sie ihr. Riehle, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, Es ist ein bisschen langer Geschichte, aber ich habe herausgebracht, dass Eleonor hat Alzheimer's. I'm sorry I know it's a lot to take in I had my suspicions, but I need to go home and talk to Nana about this Thank you so much, Alex I'm sure it wasn't easy to tell me this I'm sure Good luck So simple So simple So einfach war es dann nicht Na, aber sie hat halt die ganze Story mit Ah, ich will aufs College Hier, der Gabe hat mir geholfen Mit dem Interview und so Das war vielleicht nicht das Klügste Aber ich finde schon Naja, ich finde schon, man sollte sowas sagen So So Ah, guck mal I've never missed a spring festival before Like, ever Oh, honey You'll catch the first few hours And there will be other spring festivals Actually, Nana I might just wait at the bus stop Avoid the parade of goodbyes I'll cover for you Hey, drinkers Irresponsible Gut Damit haben wir jetzt alle Erinnerungen abgeklappert Wir haben alle Leute Beholt, die wichtig waren Er steht hier, ne Und macht Werbung Dabei sollte er sich beim Festival Einschleimen bei den Leuten Jetzt sagt mir bitte, dass das der richtige Weg ist So, werden wir hier Kurz hinsetzen Kurz beim Bonfire resten Sehr gut Estos wieder aufgeladen Gut Äh, achso Hat er nicht gesagt Hinter dem Festival Hinter der Bühne Hier bin ich Talk to Ryan Aber Charlotte ist nicht da, ne Ist natürlich nicht so gut Hey, Ducky Hey, Ducky How are you feeling? Splendid Thanks to you Go have some fun You've earned it I think Steph was born behind a DJ booth Sie ist immer noch Sie ist in ihrer eigenen Silent Disco Hey Sorry, ich hab ne SMS bekommen Attention Haven Springs Thank you for welcoming Ah, ja, guck mal Ja, da kommen sie alle Geil Hey Just in time So, who's playing? Yours truly Seriously? That's awesome Well, wait Who else? Steph Who else is playing? Uh oh I hate you both Uh oh I didn't want you to wuss out Wussing out is highly underrated We haven't even practiced yet Who cares? Everyone's wasted anyway Just play whatever I'll follow your lead This is gonna be awesome Trust me Um We've never played together before And uh Anyway Sorry if this sucks Oh Fuck it Or Fuck it No Fuck this Fuck this Fuck this Das ist der Song. Alter, er geht noch weiter. Ja, gut. Ja, and the crowd goes mild. Okay, es ist ein Boogie-Tanzender. Ah, ja, da kommt der Applaus. Schön. Sehr schön. Länger hätte ich es auch nicht ausgehalten. Ah, guck doch. Da ist sie. Und sie geht. Und sie ist gone. Ich war... horrible to you earlier. You really weren't. Really. Then I fucked up because I was trying pretty hard to be horrible to you. I was so excited about you coming to Haven. In my mind, the way I built it up, we were gonna be best friends. I wish... There's still time. Maybe. I guess we'll see. There's still time. And now another Sirene and an explosion. What throughbricht this idyllic mood? Ach so. Kreis. Hey. Are you okay? No. But Well, you know. I'm gonna go home. On the rooftop. On the rooftop. Sounds like Ryan wants to meet me on the rooftop. Okay. Okay. I gotta admit. This is a pretty great feeling. But ... You know, have I realized that You know, maybe we can come here with the roofter. Das gute Zeug. Ganz genau. Ta-da. It's a tree. Thank you, Wilderness Expert. I was more wondering why. My mom used to get insomnia when I was a kid. She'd drive over here to the Lantern, three in the morning, to work in the garden. Sometimes she'd take me with her. It's always been a special place for me. I hope it can be for you, too. I should have been taking better care of it. Come on. You've had other stuff to worry about, like totally killing that set. You're such a rockstar. Thanks. For everything. I had fun. So did the audience. You know, they're going to make you do it again next year, right? We'll see what the next year is, right? You good? Yeah. Fine. I guess I've just been too wrapped up to think about what the future looks like. Okay, so let's think about it. Alex's future in Haven Springs. The major motion picture. The ride. On ice. It's morning, chilly. You can see your breath. You're walking down Main Street, on the way to work. Where? Hmm. Record store is actually cool, but so with the Indie-Tante there abhängen, weiß ich nicht. Black Lantern is a bit better. The Lantern. Okay. Kind of a safe choice, but I get it. Wow. So after work. Sun's still up for another couple hours. It's warm now. You're carrying your jacket under your arm. What's the plan? Hmm. Hike. Maybe I'm all outdoorsy now. A real Colorado girl. Up in the mountains with one of those little stabby sticks. Trekking pole? Ha ha. Not as good for stabbing as you'd think. Hey, would you look at that? Who's that coming down the trail? Who? Only the coolest person in Haven Springs. He walks up to you in an extremely cool way. His plaid jacket swaying the breeze. Dork. Yeah. I'm not trying to get you to plan out your whole life, but if you decide you wanted to put down roots, Haven Springs will always make space for you. Was that a gardening pun? No. Maybe. Haha. I... I... I really care about you, Alex. A lot. You're the most amazing person I've ever met. Sie sieht immer so peinlich berührt aus, aber die hatten doch einen Moment, oder nicht? Ja, kiss. Wir sind der Charakter. Make out already. Come on, dummy. Kiss her. Kiss her. Lass ihn hängen. Lass ihn hängen. I really want to kiss you right now. I know. I know. I know. I know. I know. Wow, okay. Da ist ein bisschen der Funke übergesprungen. Wow. Da ist einiges zum Blühen gekommen. Also normal wäre da jetzt natürlich noch emotionale Musik drunter, aber jetzt schauen sie sich einfach nur an. Willst du die Festivitäten wiederholen? Okay. Ich bekomme dir einen Kuchen. Maybe you could save me one. Yeah, of course. I'll see you down there. Laugh is in the air. Hey, Gabe. Das ist jetzt natürlich auch interessant. I think I solved it. Why you died. Who's responsible. Isn't that crazy? I'm out of threads to pull, which is terrifying. Because on the other side of all this, after Typhoon, after you, there's just normal life. I was kind of counting on you to show me how to do that, but I think I can figure it out. I just wish you were here to see it. Oh, um, also, I kissed Ryan. I kissed Ryan. So, that happened. And then? Okay. 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 steht jetzt vor dem Moment, ich hab's rausgefunden, aber wenn ich das preisgebe, dann geht diese ganze Town vielleicht unter, weil das der einzige Arbeitgeber hier ist. Ich dachte, das wäre jetzt ihr moralisches Dilemma. Dass sie jetzt sagen muss, ah, soll ich meinen Bruder rächen? Aber dafür hab ich wieder ein schlechtes Leben, muss wegziehen, ich weiß nicht, was passiert. Oder ich fang jetzt ein neues Leben an. Wir werden es niemals rausfinden, wer der Schuldige war, aber dafür läuft alles. Er ist doch Teil davon. Er ist Teil davon. Au! Ja, gut. Aber wenn keiner einen Job hat, ist das schon ein Problem. Wer soll die Leute im Weed-Laden bezahlen, ne? Wer soll das ganze Weed bezahlen? Woher? ist das wie du pictured dein Spring Festival, huh? Not exactly. Coffee? Coffee would be great. Thanks. I don't know why I offered we're actually out. cool. Danke für nix. Irgendwie wurde Anzeige erstattet. Wegen Rufmord und Diebstahl. The problem is Diane is charging you with stealing her USB drive. What the hell are you talking about? Did you steal this USB drive or not? At least tell me you looked at it. I can't. I'm sorry. Alex. Warum? Er ist der einzige Sheriff in dieser Stadt. Sorry, Alex. Order from whom? Yeah, ganz genau. The order came down today from who? High up. Bosses, bosses, boss. It's not my job to know. look, what happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. Let's say it is. The issue is you stole Typhon's property. I can't work with that. Ja, versteh ich schon. Aber so sollte es halt nicht funktionieren. Beides ist richtig. Erst links sagen, dann rechts. Aber wir sind bockiger Teenager. I just handed you a smoking gun. It shouldn't matter how I got it. Maybe not, but it does. Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. Five to ten, easy. fuck Diane. Erstmal beleidigt wegdrehen. If you agree to drop everything, Typhon won't press any charges. She's only offering that deal because she knows I have her. She's guilty, Pike. Even if you're right, your only evidence is inadmissible. I think you should do it. Fuck that. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive, they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do mean cover it up? another blast unannounced set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Like I said, doesn't matter no, come on. Alex, please just sign the form and we can both go back to the party. Yes, present Pike. Alex, this is not an offer that you can choose no, no, it's not an option. What are you so scared of? alexandra chain typhoon mining security threat evaluation anti-typhoon sentiment rather Gabriel Chan died in accident related to typhoon mining assessment intel to show subject has a high level of determination and efficiency negative fact factation is present beyond predicted revelment period assessment also appears to have possession of confidential data and information I thought that yeah okay threat priority immediate action required private investigation services oh okay again following subject after meeting with mac loadon loadon subject met with man identified as Ryan little else of no subject spend 3 hours in apartment wifi screen monitoring revealed searches into typhoon's history legal litigation records subject met and spoke with client in the back lantern subject as stolen object from client close friend Gabriel Chan died in accident with efforts against typhoon involved in and extremely distraught over accident subject has high level knowledge both the residence haven priority 1 immediate action required gingrich stephanie close friend gamichan titan excellent efforts proven resourceful and dangerous for priority to okay dies nicht so wichtig immediate action recommended ja come on also wenn das justice 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 i thought i could get justice for gabe yeah well typhon has their own idea of justice shit believe believe me i want nothing more than to make these fuckers pay i've learned the hard way that it's not possible they're too big too connected too ruthless you can hate me if you want call me a coward but i don't want to lose you like we lost Gabe i bet if i took his fear away oh but it's not just about me steph and ryan are in danger too fuck i want to hurt typhon so bad but can i really put their lives at risk along with mine also für mich ist die sache eigentlich klar taking those fuckers down try to shit on me also wenn die hier mit solchen mitteln kommen dann setzen wir halt unsere superkraft ein die glauben die können sowas mit mir machen so oder also ich würde sagen ich würde sagen der fall ist klar wenn ihr einwände habt gerne argumente ne gut let's do it gegen big corporations do you want to risk your life over this gabe mac alex who's next fuck 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 just keep your head down total you're just a shit heel typhon's major league typhon doesn't lose typhon disappears people let them get killed not you jetzt hat sie zu viel angst um es durchzuzielen ich weiß, dass du Angst hast ich bin auch ich weiß, dass du denkst, dass typhon zu groß ist zu groß zu 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 ich will bring them down i just need your help schon eigentlich schon wieder beides ne have courage for gabe aber have courage ist glaube ich am besten obwohl hat er ja jetzt ne er hat ja keine angst mehr für gabe er war auch dein freund ist ein guter alex be careful das ist die richtige entscheidung war ich bin gespannt come see me when you get the chance machen wir doch sehr gerne das picture how long if they've been watching us and what will they do if yes siehste jetzt hat sie nämlich angst ich wollte gerade sagen ich habe keine idea what to do next Vielleicht hat sie die Daten kopiert auf ihrem Laptop. Das ist doch eine gute Idee. Aber das werden wir Okay, diese spannende Szene wenn sie sich umzieht vor den Augen der Welt. Vor den Tausenden und Tausenden von Zuschauern sehen wir dann Donnerstag. Wenn es weitergeht mit Alex Gandhi und euch. Hoffentlich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend in Was sind wir denn? Wie heißt es denn da? Haven. Haven. Ich brauche frische Klauen. Der Kaffee kommt zu mir. Herzen gehen natürlich raus von euch alle. Ja, genau. Wir sehen uns Donnerstag. Ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Wenn es heißt, Gefühle und Love und Weed ist in the air. Ich sage Ciao. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bye bye.